Episode 6 Gerd Postel Er wird im Juni 1958 in Bremen geboren. Bremen, die Stadt der hochgestapelten Musikanten, die im Verfolgen ihrer sozial-utopischen Sehnsüchte den Weg in ein besseres Leben finden. Postel wächst in einem kleinen Dorf als Einzelkind eines Mechanikers und einer Schneiderin auf. Was er später werden soll? Offizier, zackig, schneidig, am besten Düsenjägerpilot oder Panzeroffizier oder ein ehrbarer Handwerker, sagt sein Vater. Gerd ist ein trauriges Kind. Eine bipolare Depression dritten Grades? Jedenfalls ist der junge Gerd manchmal müde vom Leben und manchmal zum Spielen aufgelegt. Diese Spiele, schwindelerregende Spinnereien, wurden nicht selten bewundert. Der jugendliche Schabernack vielleicht eine Form der Wirklichkeitsverweigerung? Als der Weser-Kurier auf seine Falschmeldungen hereinfällt, scheint Postel nicht nur Befriedigung, sondern auch Berufung gefunden zu haben. Bevor er diese jedoch vollkommen ausleben kann, Hauptschule, 1973, Antritt zum Dienst, Deutsche Bundespost. Nach der Ausbildung ist Postel Postschaffner. Mutter ist enttäuscht, Sohn ist unzufrieden. Er besucht die Abendrealschule, will sich wissenschaftlich weiterbilden und gibt seine Beamtenstellung ab. Erst versucht sich Postel als Theologe in Ausbildung, dann als Gelegenheitsjobber im Kaufhaus und Anwaltsbüro, bis er als Student einer Fotofachschule seinen letzten ehrlichen Versuch wagt. Fortan vermischen sich Wahrheit und Täuschung. Mit einem gefälschten Abiturzeugnis bewirbt sich Postel für eine Ausbildung zum Rechtspfleger. Schon einige Monate später fliegt er auf. Er kommt mit einer Geldbuße davon. Im selben Jahr nimmt sich seine Mutter, die an schweren Depressionen leidet, das Leben. Postel in Schockstarre. Seine Mutter soll Opfer eines Psychiaters gewesen sein. Er schwört Rache. Er bewirbt sich um eine Wohnung als Dr. Klaus Schüring, um eine Stelle als Assistenzarzt, dann als Arzt in einem Rehabilitationszentrum, um eine Stelle als Truppenarzt der Bundeswehr. Für all das? Er findet Postel Lebensläufe, fälscht Urkunden und Nachweise. Wenn er auffliegt, kommt er meist mit einer Geldstrafe oder Geldbuße davon. Was jetzt? Wieder Postbote sein? Niemals. Ist er angetrieben von den enttäuschten Ansprüchen seiner Eltern? Ist es diese chronische Trauer, die ihn in eine Sucht treibt? Postel ist bald Dr. Med. Dr. Phil Clemens Bartholdy, ein stellvertretender Amtsarzt in Flensburg. Er hat eine Promotionsurkunde mit dem Prädikat Summa Cum Laude. Überall macht er Eindruck, immerzu gelobt und gefeiert. Weiß er selbst noch, was wahr ist und was wirr ist. Damit seine Wissensdefizite in der Allgemeinmedizin nicht weiter auffallen, lässt er sich im Gebiet der Psychiatrie des Gesundheitsamtes einsetzen. Als eine Versetzung ansteht, widerspricht Postel und schaltet aus. Kurz bevor Postel 1983 eine neue Anstellung an der Universitätsklinik in Kiel antritt, verliert er unter anderem zwei Ausweise mit unterschiedlichen Namen. Postel will untertauchen, wird aber gefasst. Er wird zu einer einjährigen Freiheitsstrafe verurteilt, die zur Bewährung ausgesetzt wird. Trotz dieser Vorgeschichte folgt 1995 seine sechste Anstellung als Psychiater. Diesmal im sächsischen Chadras, unter seinem echten Namen für eine Stelle als Oberarzt, im Fachkrankenhaus für Psychiatrie. Zwei Jahre später wird Postel endgültig enttarnt. Betrug, Urkundenfälschung, Missbrauch von akademischen Titeln, Urteil, vier Jahre Gefängnis. Postel wird später sagen, beste Zeit seines Lebens. Alles sei ein in sich geschlossenes Kunstwerk gewesen, bloß ein Scherz, mit dem er sich über Psychiater habe lustig machen wollen. Ein Gag, der nur nicht von ihm selbst aufgelöst worden sei. Postel gibt nach seiner Freilassung 2001 unzählige Interviews, ausverkaufte Lesungen, während Psychiater und Juristen in Scham versinken. Es mag sein, dass der Interview heute von Postel hingerichtet wird, sollte er nicht erwähnen, dass ein vorsitzender Richter am Bundesgerichtshof gesagt hätte, der Postel war der beste Gutachter. Besser als die beiden gelernten Psychiater. Gerd Postel. Ein Artist, ein Gaukler, ein Sprachakrobat. Dieser Mann ist ein Ereignis. Catch me if you can. Ich werde aber leitender Oberarzt. Übrigens, der Rückgruß aber in verschiedener Klinik. Und Obergutachter. Darf ich fragen, sind Sie wirklich Gerd Postel? Keine Sorge, gleich geht's weiter. Dieses Format lebt nicht nur von eurer Aufmerksamkeit, sondern auch von der Unterstützung durch Sponsoren. Und wir sind sehr glücklich, dass wir einen alten Sponsor für dieses Format wiedergewinnen konnten. Blinkist. Das ist eine wirklich sinnvolle App. Mit dieser App könnt ihr in 15 Minuten die wichtigsten Kernaussagen aus mehr als 5000 Sachbüchern oder Podcasts lesen und anhören. Meistens lese ich Sachbücher aus Politik, Gesellschaft, Philosophie. Das hier ist meine Bücherliste. Hier seht ihr, ich habe zum Beispiel das Buch von James Nestor, Atem, gelesen. Sensibel von Svenja Flastpöhler oder Permanent Racket von Edward Snowden. Permanent Racket gibt spannende Einblicke in das Leben eines Hackers, eines IT-Nerds, der sich irgendwann dazu entschließt, seine Fähigkeiten für das Gute einzusetzen. Das glaubt er zumindest, bis er merkt, dass die Öffentlichkeit durch die US-Regierung systematisch belogen wird und massenhaft ausspioniert wird. Snowden beschreibt sehr packend, wie seine Erkenntnisse ihn zum Aufstand seines Gewissens führen und wie es ihm gelingt, streng geheime Daten aus der NSA-Einrichtung zu schmuggeln und sie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Zwei Jahre lang habe ich die Blinkist-App auf meinem Smartphone verwendet. Sie ist sehr leicht zu bedienen. Ich kann immer und überall auf meine Bücher zugreifen, auch offline. Auf dem Weg zur Arbeit, auf langen Bahnfahrten, morgens nach dem Aufstehen oder abends zum Entspannen. In der Beschreibung findet ihr den Link www.blinkist.com slash Grenzgänger, Grenzgänger mit A-E geschrieben. Wenn ihr das mal ausprobieren wollt, dann holt euch einfach ein kostenloses 7-Tage-Probe-Abo oder gleich einen 25%-Rabatt auf Blinkist-Jahres-Abo-Premium. Vielen Dank. Darf ich fragen, sind Sie wirklich Gerd Postel? Ja, bin ich. Glaube ich. Warum glauben Sie es? Das ist ja eine spielerische Frage. Ja, ich bin Gerd Postel. Aber warum sind Sie sich unsicher? Ich bin mir nicht unsicher. Es war eine Kokoserie. Verstehen Sie das, dass es schwer ist zu beurteilen, wann Sie die Wahrheit sagen und wann nicht? Was ist Wahrheit? Sie glauben nicht an Wahrheit? Das ist Wahrheit, da gibt es vielleicht nur so unterschiedliche Wirklichkeitsauffassungen. Und die Intoleranz beginnt darum, dass es da seine Wirklichkeitsauffassung als Wahrheit behauptet. Was ist Wahrheit? Dass wir jetzt miteinander sprechen, ist das eine Wahrheit? Nein, das ist vielleicht Realität. Aber da müsste man mit Begriffsdefinitionen arbeiten. Das ist auch egal. Das kann ich verstehen. Es gibt Leute, die verwechseln den Schauspieler mit seiner Rolle. Aber das ist eher nicht mein Problem. Sondern das ist das Problem der Leute. Schauen Sie Filme? Nee. Warum? Ich lebe und dann macht man aus dem, was ich lebe, Filme. Ich finde Filme vollständig langweilig. Ich habe in meinem Leben, glaube ich, also vielleicht im Kino nicht mehr als vier Filme gesehen oder drei. Warum? Weil Sie glauben, dass Sie ein besserer Schauspieler sind als diese Schauspieler? Ich bin überhaupt kein Schauspieler. Ich bin kein Schauspieler. Ich bin kein Schauspieler. Er mich langweilt hat. Also ich habe keine Beziehung. Man muss sich ja auch nicht rechtfertigen, weil man irgendwas nicht mag. Ich lese viel und bearbeite meine Bildungsdefizite und versuche das zu tun. Aber Filme ist nicht meine Welt. Was lesen Sie? Wie mir das so sind, das synthetische Leben, andere auf der Leinwand anzusehen und selbst zur Passivität verurteilt zu sein und dazu zu kommen. Also ich habe dazu keinen Zugang. Andere haben keinen Zugang zum Ballett. Ich auch nicht. Ich mache halt andere Sachen. Was ich lese, ich habe sehr viel gelesen. Ich habe das Gesamtwerk Schopenhauer zweimal durchstudiert. Im Moment wieder lese ich das Kritikon von Baito Saint-Gracia. Das ist viel. Aber nicht vielerlei. Und ich lese eigentlich keine neuen Bücher. Romane? Nein, Romane. Das Kritikon könnte man als Roman designen. Aber eigentlich nicht. Ich lese philosophische Bücher in allererster Linie. Warum? Warum nicht das Fiktive? Und darauf kann ich gar nicht antworten. Ich habe ja, das ist doch, man muss dann früher anfangen. Ich war, ich habe tatsächlich den Hauptschulabschluss gemacht und ich war ja sehr dumm. Und war damals mit einer Richterin befreundet und die sehr verliebt. Und die hat mir ständig das zutreffende Gefühl vermittelt, dass ich ziemlich dumm bin. Und wenn sie in einer Frau verliebt sind und die in mir teilt, dass sie ziemlich dumm sind, dann ist das, es tut weh, es verletzt. Und irgendwie war ich dann der Meinung, ich müsste anfangen, mich zu bilden. Aus Notwehr. Und weil ich neugierig war. Und dann habe ich angefangen zu lesen, mich ständig mit Menschen zu umgeben, die viel klüger waren als ich, viel älter waren als ich. Meine Freundinnen hatten alle studiert und waren kluge Frauen. Und so habe ich gelernt. Das waren meine Universitäten, meine Begegnungen mit Menschen, die sehr, sehr viel klüger waren als ich. Und dieses Genie hatte ich in der Tat sozusagen Zugang zu finden zu Menschen, zu denen ich via Klasse oder via Schicht niemals Zugang gehabt hätte. Warum lesen Sie psychologische Bücher, philosophische Bücher? Weil ich nach Trost gesucht habe und weil ich wissen wollte, wie das alles zusammenhängt und was die Welt ist und was die Menschen sind. Und weil ich Hintergründe verstehen wollte, weil ich mich mit Motivation, Motivatoren beschäftigt habe, Motivationslagen, warum handelt ein Mensch, wie er handelt. Ich habe mich in der Tat auch mit psychologischen Sachen beschäftigt, ich habe mich mit der Psychoanalyse beschäftigt. Ich war wissbegierig. Die Frage nach dem Warum, die kann man nicht stellen, weil wie einer ist, so handelt er. Das ist die berühmte Frage des Strafrichters, warum haben Sie das gemacht? Und dann sagt der Angeklagte, ja, weil ich war in der Situation und meine Freundin hat mich verlassen und jenes. Aber ein anderer hätte in genau derselben Situation ganz anders gehandelt. Also wie einer ist, so handelt er. Die Dinge von außen kitzeln ja nur heraus, was in einem Menschen veranlagt ist. Und was machen Sie sonst den ganzen Tag? Die Fragen verstehen. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Ich verstehe die Frage ernsthaft nicht. Haben Sie einen Beruf? Ich bearbeite meine Bildungsdefizite und versuche immer mehr zu verstehen und zu lernen. Kann man davon leben? In dem Maße, in dem Sie geistige Ansprüche haben, haben Sie weniger materielle Ansprüche. Ich habe nicht so sehr materielle Ansprüche. Ja, aber von Luft und Liebe kann man da auch nicht leben. Ja, aber ich erörte doch nicht in öffentlichen Kanälen, was wollen Sie wissen? Sie werden nicht gefragt, wie viel Geld Sie haben. Ich komme gut klar mit dem, was ich habe. Entschuldigung. Entschuldigung. Ist es abgefallen? Okay. Ja. Sind Sie glücklich? Das ist ja kein permanenter Zustand. Glück ist ja etwas, was man vielleicht in Momenten erlebt. Ich strebe auch nicht nach Glück, sondern bin sehr froh, wenn Katastrophen ausbleiben. Ist der Eindruck richtig, dass Sie eine gewisse Nähe zum Buddhismus haben? Ich habe mich in Folge oder im Anschluss an Schopenhauer mit dem Buddhismus in der Tat beschäftigt. Ist alles Leben leid? Ja. Wie drückt sich das aus für Sie? Schauen Sie die Welt an, schauen Sie auf die Ukraine, schauen Sie die leidende Menschheit, die leidende Tierheit. Für mich, wie sich das für mich ausdrückt. Es gab Zeiten in meinem Leben, da habe ich sehr viel gewollt. Und in dem Maße, in dem Sie wollen und nicht bekommen, leiden Sie. Wenn Sie aber gar nicht mehr wollen, wenn Sie, Schopenhauer spricht von der Mortifikation des Eigenwillens, wenn Sie zufrieden sind, wenn Sie nicht wollen, dann leiden Sie nicht. Das habe ich irgendwie verstanden. Und wenn ich leide, dann frage ich, das ist immer eine Folge des Wollens, in dem ich gar nicht will. Also in der katholischen Theologie gibt es den Begriff der heiligen Resignation als etwas Positives. Aber natürlich leide ich auch, natürlich. Alleine unter dem Trauma des Suizids meiner Mutter, das kann ja kein Mensch verarbeiten, das ist nicht möglich. Zum Beispiel. Gibt es einen Punkt, wo Sie sagen würden, da gehe ich zum Psychiater? Niemals. Also nicht zum Psychiater. Zum Psychologen? Zum Psychoanalytiker. Nicht zum Psychologen. Und wenn man Sie zu einem Psychiater schicken würde, was würde er sagen über Sie? Ach, das würde langweilen mich. Es hat eine Begutachtung gegeben im Rahmen des Strafverfahrens gegen mich in Leipzig durch einen Krösus der forensischen Psychiatrie, Herrn Laigraf, der an Diagnose da glaubte, feststellen zu dürfen. Das wusste ich da vorher, was da rauskommt. Völlig belanglose. Aber lag er mit irgendetwas richtig? Nein, 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 überhaupt nicht. Ich meine, das ist er einfach mit narzisstischer Persönlichkeitsstörung. Das ist also derart inflationäres und langweiliges Ding. Überhaupt nicht. Er schreibt sowas wie durchschnittliche intellektuelle Leistungsrichtung. Ja, das ist mir wirklich einerlei. Er hätte auch schreiben können, ich sei pädophil. Also es ist mir wirklich egal. Das berührt mich nicht. Also, dass Sie sich überbewerten. Also, wenn er das sagt, berührt mich das nicht. Es gibt Menschen, da würde mich das schon berühren, was sie über mich sagen. Aber, Herr Laigraf, was Herr Laigraf sagt, ist mir egal. Mal abgesehen davon, dass das 25 Jahre her ist. Wenn ich mich heute darüber ärgern würde, das wäre erschreckend. Es ist mir egal, ob jemand sagt, ich sei minderbegabt oder hochbegabt. Das ist mir wirklich ziemlich egal. Aber das, was er dort sagt... Ich meine, das würde ja übrigens dann auch... Dann wäre ja der Beweis erbracht, dass man mit einer so minderen Begabung Leitner Oberarzt einer großen Klinik sehr erfolgreich sein kann. Das war ein Eigentum, das ist ein Professor Laigraf. Also, das, was ich gesehen habe in Interviews, zum Beispiel, was Interviewer sagen oder was Leute in Kommentarspalten sagen, was Journalisten in Porträts schreiben, es ist immer eine Wiederholung. Die Leute sagen immer, sie überbewerten sich selbst, sie sind sehr stark ich-bezogen und so weiter. Die liegen alle falsch. Ich setze mich mit solchen Sachen nicht auseinander. Ich finde, das ist kein geringes Zeichen meiner Humanität, mich mit diesen Leuten nicht zu beschäftigen. Ich kann ja meinerseits, könnte ja auch meinerseits pathologisieren. Aber ich habe anderes zu tun und anderes zu denken in meinem Leben, als mich mit den Meinungen irgendwelcher Journalisten über mich auseinanderzusetzen. Verletzt sie das? Kann man sie verletzen? Das ergibt sich doch aus der Antwort, die ich eben gegeben habe. Es verletzt mich überhaupt nicht. Ist es im Gegenteil, wenn mich diese Leute, wenn mich bestimmte Leute loben würden, würde ich mich eher fragen, was ich falsch gemacht hätte, habe. Aber wenn der Armin Nack sagt, das tut ja schon gut. Sie sind ja ein Mensch. Sie mögen ja Lob auch. Ihnen würde das gut tun und sie unterstellen, mir täte das auch gut. Mir hat das insofern gut getan, als mich das bestätigt hat. Wenn einer der höchsten deutschen Strafrichter, Vorsitzender damals des ersten Strafsenats, vor der juristischen Fakultät in Passau sagt, Postel war der beste Gutachter, besser als die gelernten Psychiater, mich also einer der höchsten deutschen Richter lobt für etwas, für das ich von einem rangniedrigeren Gericht ja zu Recht verurteilt worden bin, dann amüsiert mich das. Und wenn man dann noch weiß, wer die Vorgutachter waren, also ich war für diesen Senat Obergutachter, weil wir die Vorgutachter waren, nämlich zwei deutsche Psychiatrie-Professoren und der Senat ist an meinem Gutachten gefolgt, dann bin ich ja in keinem Rechtfertigungszwang mehr. Dann wäre ja in einem Rechtfertigungszwang die deutsche Psychiatrie, die ja zutiefst gekränkt ist. Es gibt ja keine Eitelkeit in der deutschen psychiatrischen Szene, die ich nicht gekränkt hätte. Aber mich, um auf die Frage zurückzukommen, kränkt es überhaupt nicht, wenn irgendwelche Journalisten über mich pathologische oder pathologisierende Urteile verhältst du mir völlig gleich gut. Wirklich. Sie sind ja nicht in der Position, mich beurteilen zu können. Verstehen Sie? Das ist dieses mediokres Volk. Aber sehen Sie, was Sie da wieder gemacht haben? Sie haben jetzt wieder das mediokres Volk. Das wirkt. Also ich spreche nur darüber, wie es wirkt. Es wirkt auf mich überheblich. Ja, aber Sie können das auch überheblich nennen. Sie können das auch Schwarzwälder Kirschtorte nennen. Das Etikett ist, das müsstet ihr einfach zur Kenntnis nehmen, einerlei, für mich. Im Übrigen, ehrlich gesagt, ich habe auch gar nichts gegen Arroganz. Ich finde, Arroganz ist ja so eine Methode, oder ein Verfahren, das etwas Zartes schützen soll. Arroganz ist ja, man ist ja aus Ängstlichkeit arrogant, denke ich. Aber das sind so Zuschreibungen, die sind mir auch egal. Sollen die Leute doch sagen, ich sei arrogant, das ist völlig okay. Absolut. Ich bin nicht auf der Welt, um nach dem Artigkeitskodex von irgendwelchen Journalisten zu leben. Was bestätigt Sie in Ihrem Handeln? Die Frage enthält eine Implikation. Stellen Sie mal Fragen, die keine Implikation enthalten. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Irgendwo sicher. Meine Frage ist, irgendetwas muss Ihnen ja die Sicherheit geben, dass das, was Sie tun, das Richtige ist. Was ist es? Ja, ich lebe in der Welt meiner Bücher, also in der Welt meiner philosophischen Welt einerseits und ich umgebe mich mit Menschen, mit ganz wenigen Menschen über sehr lange Zeit, die ich ernst nehmen kann und die mich mögen und ernst nehmen. mir das Gefühl und all das zusammengenommen, auch der Lebensweg. Ich bin ja einen sehr langen Lebensweg gegangen, einen sehr bunten Lebensweg, der unzähliges, also quasi sinnbildlich, ich war im Fünf-Sterne-Hotel und im Straßengraben. Ich habe ja ganz viel gesehen in meinem Leben und wenn ich dann nicht zu einem bestimmten Gefühl von Sicherheit gekommen wäre, hätte ich was falsch gemacht. Aber es gibt auch im Leben im Übrigen keine Sicherheit mehr. Es gibt das Gefühl von Sicherheit, aber das hat mit Sicherheit nichts zu tun. Sie haben in Ihrem Leben sehr viele Geschichten erzählt, unterschiedlichen Menschen. Sie haben Masken getragen, Sie haben sehr viele Worte verwendet, um etwas zu verbergen. Sie haben eine Art Labyrinth geschaffen. Gab es etwas, was Sie verbergen wollten, was mit Ihrer Person zu tun hat oder alles eine Rolle? Also es ist falsch, auf öffentlichen Bühnen authentisch zu sein. Ich habe sehr viele Lesungen gemacht und war in der Öffentlichkeit und Filmen. Es ist falsch, authentisch zu sein. Also für mich wäre es falsch, authentisch zu sein. Weil in dem Maße, in dem Sie authentisch sind, sind Sie verletzbar und angreifbar. Ich war nicht angreifbar in meinen Lesungen und öffentlichen Auftritten. Wie soll man Sie dann ernst nehmen, wenn Sie gar nicht Sie selbst sind? Sie stellen dauernd Fragen, die Implikationen enthalten. Da muss ich mich jetzt mit den Implikationen beschäftigen. Ja, diese Fragen bauen auf dem auf, was Sie erzählen. Ich, äh... Das sind die Implikationen, die Sie selbst in den Raum werfen. Es ist, ähm... Nee, nee. Es ist, ähm... Das ist nicht mein Thema. Meine Lesungen waren regelmäßig ausverkauft. Also es muss ja Gründe gegeben haben, warum Menschen da hingehen. Ich meine, diese Geschichte, diese Oberarztgeschichte hat sich ja zum Klassiker entwickelt. Mit so einem clandestinen Fanclub in Berlin, mit Lesungen und Veranstaltungen bis hier, bis auch in dieses Interview nach 25 Jahren und, und, und. Es besteht ja offensichtlich ein Interesse, sonst wären Sie nicht hier. Und, ähm... Was Menschen damit machen und wie sie das beurteilen, jeder, jeder nach dem Maßstab und nach Maßgabe seiner eigenen, seiner eigenen Begabung. Ich will ja nicht gefallen, verstehen Sie? Das ist anders als bei vielen anderen Menschen, die gefallen werden wollen. Äh... Also möchten, dass sie, dass sie, äh... Das ist nicht mein Interesse. Was treibt Sie an? Äh... Ich kann auf die Frage... Ja, ich weiß es nicht. Also ich... Ich, äh... Beschäftige mich mit... Ich möchte lernen in meinem Leben. Und so war ja auch mein Leben. Es ist ja ein Faszinosum, mein Leben, ne? Als Hauptschüler und Postbote und ich war wirklich strohdumm. Und das, was ich nun heute habe, das ich, äh... Und gemacht habe und die Umgebung, in der ich gelebt habe und lebe, äh... Also wenn Sie lang... Das prägt einen Menschen, ja. Und wenn Sie lange... In dieser Oberarztrolle zum Beispiel, ich hab die Erfahrung gemacht, wenn Sie lange etwas heucheln, das hat Nietzsche gesagt, es kommt nicht von mir, dann sind Sie es irgendwann. Ich gehe heute anders durch eine Klinik als Sie. Aber was treibt Sie an? Ich kann auf die Frage nicht antworten, nix. Sehen Sie sich heute noch als Psychiater? Ich hab mich nie als Psychi... Sie sind... Pass auf, jetzt... Versuchen Sie doch mal eine Frage zu stellen, die keine Implikation enthält. Sie haben mich... Sie sind aufgetreten... Ich hab mich nie als Psychiater gesehen. Ja, Sie haben Sie nicht so gesehen, aber Sie haben den Titel getragen. Sie haben mich noch gefragt, ob ich mich auch heute noch als Psychiater sehe. Genau. Und ich sage, ich hab mich nie als Psychiater gesehen. Ja, dann haben Sie geantwortet. Genau, Sie haben auf meine Frage geantwortet. Nein, in dem auch liegt eine Implikation. Nämlich die Implikation heißt, ich hätte mich als Psychiater erlebt. Und das hab ich nicht. Ja, das eine ist, dass wie Sie sich selbst erlebt haben, das andere ist, wie Sie aufgetreten sind, wie andere Sie wahrgenommen haben. Ja, dann müssen Sie Ihre Fragen präzise stellen. Sie haben gefragt, sehen Sie sich heute noch als Psychiater? Genau, Sie haben darauf geantwortet und dann können wir weiter. Sie verstehen das Problem nicht. Egal. Warum konnten Sie nicht einfach Postbote sein? Ja, weil ich der bin, der ich bin. Deshalb habe ich gehandelt, wie ich gehandelt habe. Anders kann man die Frage nicht beantworten. Wie einer ist, so handelt er. Bei Eintritt der Motive, der Reize und Ursachen von außen, die eben das herausholen, was in einem Menschen veranlagt wird. Und ich sollte halt diesen Weg gehen. Ich kann die Frage, ich meine, Postbote zu sein, ist übrigens auch nicht reizvoll. Ist auch, glaube ich, nicht das, was mich, was Erfüllung gewesen wäre. Aber die Frage stellt sich nicht. Es hat dann Umstände gegeben, die von außen kamen. Ich war in bestimmten Beziehungskonstellationen. Und irgendwie hat sich das dann irgendwie so ergeben. Und so hat sich ein Lebensweg entwickelt, über den ich sehr froh bin. Ich bin sehr froh. Ich habe unendlich viel gelernt. Ja, aber verstehen Sie, ich versuche, Sie ja zu verstehen, Sie wollen verstanden werden. Sie sagen oft, Sie wollen verstanden werden. Sie wollen nicht gelobt werden, Sie wollen nicht kritisiert werden. Ja, aber ich habe resigniert inzwischen. Um Sie zu verstehen, verstehe ich Sie richtig. Und deswegen frage ich Sie, welche Rolle hat bei all dem gespielt, was Ihre Eltern von Ihnen erwartet haben? Wollten Sie dem gerecht werden und wollten Sie dann deshalb nicht posturzieren? Ist das eine richtige Deutung? Das ist erstmal so eine Volkshochschul-psychologisierende Deutungsversuch. Ich bin kein Psychologe. Ja, aber es ist eine psychologisierende Frage. Ich glaube, das mag sein. Ich bin mir dessen nicht bewusst. Sagen wir ehrlich, ehrlicherweise muss ich das so sagen. Ich bin mir dessen nicht bewusst. Ich habe das nicht gemacht, um meinem Vater zu imponieren. Also jedenfalls nicht auf einer bewussten Ebene. Das hat völlig andere Gründe. Was wollten Sie als Kind werden? Auch darauf kann ich ehrlich gesagt gar nicht so antworten. Ich war ein schlechter, also ich war, ich war eigentlich kein guter Schüler. Aber der Grund letzten Endes, weshalb ich den normalen Weg nicht gegangen bin mit Realschule, vielleicht und Abitur, ist, dass ich halt Mathematik nicht kann. Es gibt so ein Äquivalent zur Legasthenie. Das nennt sich Arendmastenie oder Dyskalkulie. Ich glaube, so etwas habe ich. Das ist eine Selbstdiagnose. Und damit hätte ich nicht mal den Hauptschulabschluss bekommen und natürlich auch nicht den Realschulabschluss. Mit Mathe 6 kriegen Sie gar nichts. Aber ich bin dann in eine Gesellschaft gekommen, ich hatte nur noch mit Akademikern zu tun. Und ja. Diese Welt hat Ihnen gefallen oder? Gefallen und nicht gefallen. Es war so eine organische Entwicklung. Aber ich habe damals, ich habe da in der Hauptverhandlung gegen mich in Leipzig vor der Strafkammer gesagt, hätte ich eine Verantwortung gehabt für auch nur einen Hund, hätte ich mich nicht um diese Stelle des Oberarztes beworben. Woraufhin der Staatsanwalt gesagt hat, warum haben Sie sich denn keinen Hund gekauft? Das war das intellektuelle Niveau der Staatsanwaltschaft in Leipzig in dem Verfahren. Aber ich hätte das in der Tat nicht getan. Ich war da in einer Situation, ich war wie ein UFO im Weltall. Ich hätte also auch im Graben verrecken können oder einen Nobelpreis bekommen können, es hätte keinen interessiert. Und dann fiel mir halt diese Anzeige in die Hand und dann habe ich mich beworben. Und dann löste sich die Melancholie oder depressive Verstimmung mit dem Einwurf der Bewerbung. Also es war auch eine Maßnahme zur Abwehr depressive Verstimmungslagen. Hat Sie das geheilt? Geheilt? Er enthält die Implikation, ich sei krank gewesen. Ja, Sie haben gesagt Depression. Das ist ja... Nee, ich habe gesagt depressive Verstimmung. Und depressive Verstimmung hat keinen Krankheitswert. Ich hatte ja mit Einwurf der Bewerbung um diese Stelle nur Erfolg. Ich wurde ja auf Händen getragen und hatte nur Erfolg. Und das beflügelt einen schon. Das hat etwas leicht Manisches, glaube ich. Ich habe das Gefühl, Ihnen gefallen diese Fragen nicht? Kann das sein? Ich habe... Ich bilde mir gar kein Urteil zu diesen Fragen. Doch, ich habe mir eingewilligt in dieses Interview und Sie können jede Frage stellen. Aber ich glaube, Sie projizieren wieder. Ihnen gefallen meine Antworten nicht. Sie haben ja im Telefonat gesagt, Sie würden mich auch deshalb in dieses Interview einladen, weil Sie mich für so unberechenbar hielten im Interview. Und jetzt werden Ihre Wünsche erfüllt und jetzt sind Sie traurig? Ja, so ist der Mensch. Ich habe nichts gegen Ihre Frage. Überhaupt nicht. Übrigens. Sie sind ein Mensch, der eine ausgeprägte Fähigkeit hat, mitzufühlen, sich hineinzuversetzen? Leider. Was bewegt Sie derzeit? Generell? Naja, ich habe einen großen Twitter-Account und kriege ständig die Bilder in Echtzeit aus der Ukraine. Das ist etwas, was mich sehr rund, also sehr, mir, mir, also mir die Heiterkeit nimmt oder mir die Lust auch nimmt. Ich glaube, das muss man aber auch nicht näher erklären. Wer dieses Elend sieht, begangen an unschuldigen Menschen, also ich habe dafür wirklich keine Worte. Ist es deshalb, weil die Kamera jetzt drauf gerichtet, und das haben wir ja schon seit Ewigkeiten, wir haben ja viele Länder, die überfallen werden und wo Menschen sterben, liegt es an der Nähe, liegt es an Europa? Ich weiß es nicht. Also, ich kann, ich, nee, ich habe, ich kann mich, ich kann mich schlecht abgrenzen. Also, wenn ich Leid sehe, leide ich. Also, das ist für mich so was, jetzt mal theoretisch beschrieben, so Aufhebung der Grenze, Subjekt, Objekt. Also, ich identifiziere mich dann. Das betrifft übrigens nicht nur Menschen, das betrifft auch Tiere. Ich würde niemals an einem, an einem Tier, das, vorbeigehen, das verletzt ist, zum Beispiel. Äh, aber diese Fähigkeit zum Mitgefühl, die hat ja, die hat mir sehr viel, also sehr viel eingebracht, positiv. Also, es ist ja, es ist ja eigentlich, es ist ja eigentlich was Wertvolles. Aber es ist auch eine Form der Behinderung, wie auch jede Hochsensibilität, ja, eine Form der Behinderung, wie auch Intelligenz. Also, Brecht hat mal irgendwo gesagt, Eltern, wenn sie, wenn sie ein Kind erwarten, wünschen sich dieses Kind intelligent und sensibel. Und ich, also Brecht, der, äh, durch diese, durch diese Eigenschaften, äh, nur noch leidet und behindert war. Das sind ja, das sind ja, in Form der Behinderung. Haben Sie Mitleid mit den Menschen, die Sie belogen haben, in Ihrer Vergangenheit? Das impliziert wieder, ich hätte Menschen belogen. Aber das ist doch so. Sie mussten doch, um das aufrechtzuhalten, mussten Sie hier und da sich der Lüge bedienen. Nein, nein, weil das ist ja, die Lüge ist ein, ein moralischer, ein Begriff aus der, aus der Moral. Nicht jede unwahre Aussage hat die sittliche Qualität einer Lüge. Also haben Sie nicht gelogen? In dem Sinne haben Sie dann nicht gelogen? Nein, ich hab der, man kann ja auch, man kann, manchmal muss man der Wahrheit mit den Mitteln, der, wie Sie sagen, Lüge zum Durchbruch verhelfen. Aber das hat ja seinen Preis. Den hab ich auch bezahlt, ja, ich hab ja den Preis bezahlt. Ich hab ja, ich hab ja, das gehörte ja dazu. Ich hätte ja nicht kommen können und sagen, ich bin Postbote und will jetzt die Stelle als Oberarzt haben. Das war klar, dass ich das anders machen muss. Ich hab nicht, kein Mitgefühl mit Menschen, deren Narzissmus ich gekränkt habe. Waren das alles schlechte Menschen? Nein, aber das waren, ich hab ja, also mein Chef hat nach sechs Monaten geschrieben, Herr Oberarzt, Dr. Postel, übertrifft die Erwartungen. Man hatte in der Klinik nur die einzige Sorge, ich könnte weggehen. Ich bin ja befördert worden und sollte Chefarzt werden und ich war Vorsitzende als Facharztprüfungsausschuss und, 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 und. Ich hab, also mein schlechtes Gewissen hält sich sehr in Grenzen. Vielleicht zwei Menschen gegenüber habe ich das in der Tat gehabt. Ich hatte ja keine, ich hätte, verstehen Sie, ich hätte, es waren ja keine ideellen Beziehungen, die ich hatte, die hätte ich auch nicht haben können. Ideelle Beziehungen, also Freundschaft oder Liebesbeziehungen oder auch nur Freundschaften oder auch nur kollegiale Freundschaften hätte ich nicht haben können. Das hätte ich auch nicht gemacht. Das wäre nicht, hätte nicht funktioniert. Ich hab da eine Rolle gespielt und ich wollte ihr was zeigen, ich wollte ihr was demonstrieren. Ich wollte demonstrieren, dass jeder dumme Hauptschüler leitender Arzt in der Psychiatrie sein kann. Und es ist mir doch mustergültig gelungen. Es freut, darüber habe ich mich sehr gefreut. Gelungen, aber dann irgendwie doch auch wieder nicht, oder? Ich hab das zweieinhalb Jahre letzten Endes gemacht und man hat mich nur gelobt. Ich bin nicht ein einziges Mal kritisiert worden, in höchsten Tönen gelobt. Und das sagt doch was aus über Psychiatrie. Also wäre ich Direktor der Universitätsnervenklinik Frankfurt, würde ich jemanden wie mich einladen zu einer Weiterbildungsveranstaltung. Aber das machen sie natürlich nicht, weil sie Angst haben. Hat in ihren Augen dann Akademie, Ausbildung, all diese ganzen Dinge, haben die keinen Wert? Das kann man so allgemein nicht sagen. Aber ich, das kann man so allgemein nicht sagen. Ich hab ja auch nichts gegen Ärzte. Aber Psychiatrie kann ich in der Tat nicht ernst nehmen. Psychiatrie ist etwas sehr Einfaches, das mit wortakrobatischen Mitteln gehofft werden. Aber Sie haben ja nicht nur versucht, Psychiater zu sein, sondern auch Arzt. Nö. Wo? Sie wollten... Naja, der Psychiater ist auch Arzt, ja klar. Ja, aber Sie wollten allgemein, also Sie haben auch in der allgemeinen Medizin praktiziert. Nö. Wo? Zum Beispiel, Sie waren ja als erstes Assistenzarzt, Notarzt, Truppenarzt der Bundeswehr wollten Sie werden. Also Sie wollten ja schon irgendwie, also nicht nur... Ja, ich brauchte eine gewisse Zeit, bis ich sozusagen meinen Bereich gefunden hatte. Das ist wahr. Aber im Wesentlichen hab ich nur Psychiatrie gemacht. Sowohl in Flensburg wie dann erst recht in Schadras. Und Psychiatrie kann wirklich jede dressierte Ziege, das ist wirklich sehr einfach. Aber im Übrigen zu Ihrer Frage, ich habe keinerlei Achtung vor Titeln mehr und vor Bezeichnungen und Titeln. Es kommt auf den Inhalt an. Ich habe strotdumme Professoren kennengelernt. Ich war übrigens mal zehn Jahre, nachdem alles vorbei war, mit einer Lehrstuhlinhaberin verheiratet. Oder einer Professorin. Und ein Doktortitel sagt nichts aus. Wirklich nicht. Also für mich jedenfalls nicht. Also ich habe vor solchen Titeln keinen Respekt. Dazu habe ich zu viele Dummköpfe gesehen mit solchen Titeln. Also jeder, der der kleine Prinz gelesen hat, wird Ihnen jetzt zustimmen. Auf jeden Fall. Haben Sie den kleinen Prinzen gelesen? Dann stimmen Sie mir zu. Ja. Ja, gut. Da sind wir uns ja mal einig. Also es sagt nichts über einen Menschen aus. Überhaupt nicht. Nein, auch intellektuelle Dummköpfe habe ich unter Professoren gesehen. Das hat mich sehr erstaunt. Weil man ist ja groß geworden, jedenfalls ich bin groß geworden. Das ist ein, ein Pastor ist integer und ein Doktor ist gebildet und ein Professor ist sowieso. Und dann lernt man auf einmal korrupte Pastoren kennen und strohdumme promovierte Leute und auch dumme Professoren. Wirklich dumme Professoren, Professoren ohne jeden geistigen Anspruch habe ich kennengelernt. Also es hat mir gut getan, diese Erfahrung. Also es hat mir allerdings auch Halt genommen. Es hat mir auch was weggenommen, weil es ist ja schön, wenn man weiß, der Polizist ist integer und der Pastor ist das und der Doktor ist das und irgendwo ordnet man sich ein und dann macht man die Erfahrung, dass dem überhaupt nicht so ist. Das nimmt einem ja schon Halt im Leben auch. Aber an einem Punkt komme ich nicht ganz mit und das ist dieser Punkt, wenn ich wüsste, ich muss, also ich will ja selber auch nicht belogen werden. Also das war, für mich ist das ja schon irgendwie Lüge. Ich kann das nicht irgendwie anders deuten als das. Ich muss ja den Leuten Tatsachen vorgaukeln, die erfunden sind. Es spielt aber im klinischen Alltag hat das überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe das einmal gemacht bei der Bewerbung. Das war mir auch nicht ganz angenehm. Und dann habe ich einfach ernsthaft gearbeitet jeden Tag. Ich war stellvertretender Klinikdirektor. Das waren 140 Bettenkliniken, eine riesige Klinik, 40 Ärzte, Psychologen. Ich hatte wirklich zu tun von morgens um sieben bis abends spät. Ich habe das ja sehr ernst genommen, was ich gemacht habe. Also und im Übrigen fand ich es auch ziemlich genial, was ich da mache. Also erst mal hatte es die Funktion, ich wollte ja was erreichen. Ich wollte ja verschiedene Sachen erreichen. Ich war gegen repressive Psychiatrie. Ich wollte mich öffentlich lustig machen über Psychiatrie. Und ich wollte mir auch was beweisen. Sicher. Aber warum loben Sie sich? Warum müssen Sie sagen, ja, das war genial, was ich gemacht habe? Warum sollte ich, die Bezeichnung hat das Bezeichnete zu treffen. Sie haben nichts gegen Selbstlob? Nee. Also Bescheidenheit bei mittelmäßigen Talenten ist bloße Ehrlichkeit und bei großen Heuchelei, hat Schuppenhauer mal gesagt. Also ich habe jetzt schon drei Punkte, wo ich nach meiner Moralvorstellung nach meiner Moralvorstellung Probleme habe. Das eine ist die Sicht auf Wahrheit, Lüge. Das andere ist der Umgang mit Lob und das andere ist Arroganz. Das finden Sie alles unbedenklich. So scheint es mir zumindest. Also ich bin mit mir sehr im Reinen. Als ich Sie angerufen habe, habe ich gefragt, wie geht es? Ja. Da haben Sie gesagt, mit solchen Flosseln kann ich nichts anfangen. Nee, es ist so leeres Zeugs, ja. Tim Gabel hat Sie gefragt. Wie geht es? Sie haben gesagt, gut. Ja. Mal so, mal so. Nee, war ich halt in einer anderen Stimmung. Das ist ja gar kein Widerspruch. Jetzt wollen Sie einen Widerspruch aufbauen. Ist es doch gar nicht. War ich halt in einer anderen Stimmung. Vielleicht habe ich Sie ernster genommen als Tim Gabel. Und deshalb haben Sie eine ehrlichere Antwort gekriegt. Ich kann mit so Floskeln nichts beginnen. Das ist so. Es ist ja eine Floskel. Ja, man kann das so sehen oder man kann das so sehen, es gibt gewisse Geflogenheiten unter Menschen. Wenn man zur Menschheitsfamilie zählt, dann nähert man sich auf diese Weise. Und deswegen sagt man das. Nee, so macht man das nicht. Wie man sich Menschen nähert, da können Sie von mir einiges lernen. Das stimmt. Einiges. Und da brauche ich keinen Unterricht durch andere. Wirklich nicht. Und jedenfalls mit dieser Floskel hätten sich die Türen, die für mich wichtig waren, nicht geöffnet. Wenn ich solche Floskel verwendet hätte. Solche Floskeln verwendet. Stattdessen? Es ist doch Situation. Ich habe mich wirklich interessiert. Wir leben ja in einem Zeitalter, es gibt ja, also man hört einander nicht mehr zu. Es gibt keine Dialoge mehr. Es gibt nur noch wechselseitige Monologe. Und wenn Sie, und dann fragt man sich, warum ist das so? Ja, das ist so, weil die Menschen sich nur noch für sich selbst interessieren und sich nicht wahrhaftig für den anderen interessieren. Weil wenn ich jemanden frage, ernsthaft frage, dann bin ich ja zugleich bereit, zuzuhören und mich mit ihm zu beschäftigen. Das gibt es ja nicht mehr. Und so habe ich das mein Leben lang gemacht. Ich habe gefragt. Aber nicht aus technischen Gründen, weil man das in irgendwelchen Management-Seminaren vielleicht lehrt, sondern weil ich wirklich Interesse gehabt habe. Und auf diese Weise haben sich Türen geöffnet, die sich niemals geöffnet hätten sonst für mich. Weil ich wirklich das Interesse gehabt habe an bestimmten Menschen. Und den hätte ich mich aber nicht per Floskel nähern können. Weil Floskel ist was Synthetisches. Verstehen Sie, das ist ja nichts Echtes. Und ich habe Fragen gestellt und ich habe zugehört. Und das hat viele Vorteile. Und vor allen Dingen ist man in einer singulären Situation konkurrenzlos sozusagen. Das kann ich bestätigen. Wir haben ja vorhin ein Gespräch geführt und ich habe das selten, dass Menschen, denen ich begegne, vor einem Interview, wirkliches Interesse daran haben, zu erfahren, wie ich die Dinge sehe. Und als wir gesprochen haben, hatte ich das Gefühl, das war kein Monolog. Und das ist selten. Ja, ich auch. Ja, genau. Aber damit ist man sehr einsam. Und in der Gefahr, auch benutzt zu werden. Also wer fragt, führt das Gespräch. Wer fragt, gibt dem anderen optimale Selbstdarstellungsmöglichkeiten und bleibt selbst in der Anonymität. Aber er zahlt halt auch einen Preis dafür. Leben Sie deshalb allein? Das ist ja schon wieder eine Implikation. Sie wissen, vielleicht lebe ich in einer WG mit fünf Frauen. Zwölf Katzen. Sie haben mir vorhin gesagt, dass Sie schon eher jemand sind, der die Einsamkeit vorzieht. Ja, das ist kein Widerspruch. Ich kann auch viele Menschen, die in Ehen leben, sind häufig sehr einsam. Ich halte mir zunehmend, also wenn ich so über die letzten Jahre oder Jahrzehnte meines Lebens zurückschaue, also lebe ich distanzierter von Menschen. Das stimmt. Es ist ja sehr gefährlich, der Umgang mit Menschen. Ich war früher der Meinung, dass ich über eine ganz enorme Menschenkenntnis verfügte und inzwischen bin ich bescheidener geworden, nachdem ich einige Male so vor die Wand gefahren bin mit diesem Größenwagen. Sind die Massen dumm? Ja, also die Masse, das ist ein Begriff aus der Soziologie, also die Masse ist sicher dumm. Das haben wir ja aus einer Neuron-Geschichte. Wenn man Ihre Tweets sich anschaut, Sie regen sich ja oft über Menschen auf. Ja, das ist noch, da muss ich noch ein bisschen an mir arbeiten. Ist Twitter Entgiftung für Sie? Ja, das ist ein schöner Begriff, ja, glaube ich. Auch. Twitter ist ja, es ist komplex. Twitter ist ja ein Marktplatz. Es gibt ja sehr viel Bösartigkeit auf Twitter und Vulgarität und es gibt aber auch ganz anständige, gute Leute auf Twitter. Sie schreiben teilweise auch sehr, sehr persönliche Dinge, wie zum Beispiel über Ihre Nachbarin. Naja, die Nachbarin ist ja eine Fiktion. Die gibt es gar nicht. Ja, ich sollte hier nicht zu viel verraten. Die Nachbarin haben Sie auch als Fiktion erkannt. Das ist eine rhetorische Frage, die jetzt gerade steht. Nee, hoffe ich mal, bis ich so intelligent bin. Also es geht eigentlich um Unterhaltung. Nee, nicht nur. Es ist, nein, nein, es geht um Ernstes, um Albernes, um Böses, um Schönes. Es ist so ein Stück Marktplatz. Und es hat den großen Vorteil, dass man eine riesige Distanz hat. Also es einem niemand zu nahe kommt. das ist für so traumatisierte Kinder, wie ich eines bin, wichtig. Ich kenne Menschen, die viel zu klug sind für Gesellschaft. Verstehen Sie, was ich meine? Ja, verstehe ich. Die können ihre Klugheit nicht verbergen und deswegen sind sie Außenseiter. Können sie auch Gesellschaft nicht genießen und sie sind Außenseiter. Ja, klar. Während im Umkehrschluss der das schlichte Gemüt nach Mallorca fährt und im Ballermann sofort seine Kumpels trifft und Freunde und Gesellschaft und in dem Maße, in dem ein Mensch individualisiert ist und differenziert ist, ist er notwendig auch einsam. Der Massenmensch, also der der undifferenzierte Massenmensch ist ja nicht einsam. der hat überall seine Freunde im Hundeverein und im überall. Ich bin auch kein geselliger Mensch übrigens oder so. Sie werden sich schon geahnt haben. Also wenn ich meine Assistentin fragen würde, würde sie sagen, also ganz ehrlich? Ja. Das weiß ich. Sie müssen sich nicht ausführen, was sie sagen würde. Was denn? Ja, dass sie mich also sich hat nach den Gesprächen übergeben müssen. anstrengend. Ja, das ist, ja, ich verstehe diese Assistentin. Dass sie das so empfinden muss, verstehe ich. Mein Gespräch, wenn ich mich an mein Gespräch erinnere, ich musste sehr darauf achten, was ich sage. Jedes Wort wird ernst genommen und wird auf die Goldwaage gelegt und seziert. Warum? Widerstand ist doch Lebenselixier für Beziehung. Ich meine, wie habe ich denn gelernt? Indem ich irgendwas erzählt habe, was wirklich Unfug war und meine klugen Freundinnen gesagt haben, das stimmt nicht. So habe ich gelernt. Und ich finde, dass man mit der Sprache möglichst präzise umgehen sollte. In der Tat. Und ich meine, es gibt schlimmere Urteile über einen, als dass man anstrengend sei. Was heißt das denn? Was heißt denn das? Dass Leute Schwierigkeiten haben, zu folgen oder so. Ist okay. Das macht ja auch nichts. Wir leben ja im Zeitalter der Arbeitsteilung. Es gibt ja für sie und für ihre Assistentin viel mehr Möglichkeiten als für mich, sich mit Menschen zu umgeben, die es angenehm empfunden werden. Also wenn sie nicht moralisch gebremst worden wäre, hätte sie vielleicht härtere Urteile gefällt. Aber ich will nicht sagen Angst, aber es war schon so. Ich hatte das Gefühl, immer wenn eine Nachricht von ihnen kam, rufen sie mich mal an, dann hatte sie Angst. Ja. Versetzen sie sich nicht in die andere Person und sagen, vielleicht versuche ich mal nett zu sein. Einfach mal nett sein. Ja, ich bin ja zu Menschen auch ausgesprochen nett, sonst würde ich gar nicht mehr leben, weil ich ja auf Menschen angewiesen war auch und auf deren Zuneigung finde, dass sie es pathetisch haben wollen, auch auf Liebe. Naja, das ist schon ein schwieriges Thema. Aber ich war ja auf Zuneigung, ich war darauf angewiesen, dass Menschen mich mögen auch. Ich kann ja sehr nett sein, ausgesprochen, aber das setzt halt was voraus im Gegenüber. Ich habe dieser Assistentin das Gefühl gehabt, dass sie, ja, ich habe in der Tat das Gefühl gehabt, dass sie Angst gehabt hat, von einfach an übrigens. Und im Wege der Überkompensation dann in einer unangemessenen Weise mir gegenüber aufgetreten ist. Aber ich bin ja nicht der Therapeut, dieser Assistentin und darum gehe ich nicht therapeutisch weder mit ihr noch mit ihnen um, sondern sag das, was ich meine oder denke. Halt. Aber ihre Angst ist auch gewichen inzwischen, oder? meine Angst? Nee, ich hatte keine Angst. Ich fand es eigentlich eher unterhaltsam, muss ich sagen. Ja. Ganz ehrlich. Ich fand das nicht irgendwie, jetzt, also ich habe mich nie verletzt gefühlt oder durch irgendeine Aussage, sondern ich habe das eher so als Spiel gesehen. Ja. Ja, es war auch ganz nett geworden bis jetzt. Ist das Leben ein Spiel? Nein, das glaube ich nicht. Ich finde, ich bin vom Grunde her, das haben Sie in der Anmoderation ja schon richtig gesagt, ein melancholischer Mensch und ein trauriger Mensch im Grunde. Und das ist ja auch klar aufgrund der Biografie, so biografischer Daten, das ist, und wenn Sie dann so hochsensibel sind, was ich sicher bin, das ist übrigens auch der Schlüssel. Das hat mich ja nie einer gefragt, wie kann eigentlich ein Hauptschüler von der Straße kommen, Leitender Oberarzt werden und nur erfolgreich sein in der Rolle? Der Schlüssel ist Intuition. Sie brauchen in der Psychiatrie Intuition. Die Regeln beherrschen, ohne sie zu kennen und ein Gefühl zu haben. Ist jemand suizidal oder ist er nicht suizidal? Und Intuition ist weder lehrbar noch lernbar. Aber wenn Sie diese Hochsensibilität haben, dann leiden Sie ja automatisch. Sie sehen überall Leid. Und maskiertes Leid. Also ich habe häufig so Situationen erlebt oder Menschen erlebt, die nach außen sehr erfolgreich und gesund und schön waren. Und wenn man sich dann ein bisschen mit der Lebensgeschichte befasst hat, hat man genau das Gegenteil, Verzweiflung gesehen. Wollten Sie nie wie irgendjemand anderes sein in Ihrem Leben? Doch, ich hatte ja auch so meine Vorbilder oder ich wollte nicht so wie die, aber ja doch, vielleicht schon auch. Aber so Vorbilder hatte ich schon, klar. Wer zum Beispiel? Ach, ich war damals ja in der Ausbildung Jesuitische Dialektik gelernt in Frankfurt an der Hochschule der Jesuiten in St. Georgen. Da gab es einen Professor Rupert Lai, der mich sehr beeindruckt hat. Ich wollte nicht sein wie der, aber es hat mich schon fasziniert. Waren Sie mal Fan von irgendjemandem? Also so eine Star-Fan-Beziehung? Nee, aber ich, die Lieder von Franz Josef Degenhardt begleiten mich durch mein ganzes Leben. Von meinem vielleicht 14. Lebensjahr angefangen bis heute hin. Also gestern Abend habe ich es noch gehört. Ich habe von Franz Josef Degenhardt sehr viel, kennen Sie den? Nein. Nicht? Nein. Kennen Sie das Lied nicht, spiel nicht mit den Schmuddelkindern? Das kenne ich nicht. Nein. Ja, es sollten sich damit beschäftigen. Ich bin viel zu jung. Ja, das stimmt, das ist mir nicht einfach wirklich ein sehr, sehr berühmter Mann, der in der Revolution 1968 eine große Rolle gespielt hat. Von dem habe ich sehr viel gelernt. Ich hatte so meine Lehrer, das war einer, Beobachtungsgabe und auf den Punkt. Und was ist mit Popkultur? Also ich meine, Beatles? Nie gehört. Ich war ein einziges Mal in meinem Leben in einem Konzert, das war der Zeitpunkt, als ich mit internationalem Haftbefehl gesucht wurde. Nach meiner Oberarztzeit war ich in einem Michael-Jackson-Konzert. zweimal sogar im selben Konzert. In Berlin und in Leipzig. Warum? Das hatte einen bestimmten Thrill, wenn sie gesucht werden, mit wirklich internationalem Haftbefehl damals und dann in ein Konzert gehen. Berlin ging ja noch, aber ich war auch in Leipzig und meine Geschichte hat sich in Leipzig abgespielt, bei Leipzig. Das fand ich großartiges Konzert, das muss ich sagen. Nicht, weil Sie ein Fan waren, sondern einfach... Nee, ich war nicht Fan. Ich war noch nie Fan von irgendwas. Das ist eine Formulierung. Fanatisch sozusagen. Ja, nee. Aber das war ein großartiges Konzert, das fand ich toll. Aber wenn Sie das legen, sollten Sie sich mal drum kümmern. Wirklich. Das ist wirklich großartig. Ist das Klassik oder was ist das? Nein, das ist ein Liedermacher, würde man heute sagen. Er ist Jurist, promovierter Jurist, im Institut für Europarecht in Saarbrücken promoviert und ist eine Legende. Wirklich eine Legende. Wie präsent ist der Tod in Ihrem Leben? Ständig, täglich. Also er ist erstmals sozusagen in mein Leben getreten durch den völlig für mich unvorbereiteten Suizid meiner Mutter. So als würden Sie jetzt heute zu Hause anrufen und es geht die Polizei ran und man sagt Ihnen, Ihr Vater hat sich gerade erhängt. So müssen Sie sich das vorstellen. So war das. Ja, da war der Tod da und da war was Unvorstellbares geschehen. Tod spielt eine wesentliche Rolle in meinem Leben, zumal auch in den letzten Jahren ich habe sehr viel mit Ärzten zu tun gehabt, habe ich auch immer noch mit Freunden und ich weiß, dass unser Leben an einem seidenen Faden hängt, an einem seidenen Faden. Plötzlicher Herztod, Unfälle, alles Mögliche. die Menschen fragen ja immer, was ist nach dem Tod? Keiner fragt, was war eigentlich vor deiner Geburt? Das ist ja eine mindestens so interessante Frage und ich glaube, nach dem Tod wird das sein, was vor der Geburt gewesen ist. Also nichts? Nein, das ist ja schon wieder eine Zufschreibung. Aber jedenfalls erinnern wir uns keiner Schmerz vor unserer Geburt. Leben Sie darauf hin, dass es ein Leben danach gibt oder ist es einfach ein Fakt, den Sie beiseite legen? Nein, den darf man nicht beiseite legen, wenn man so ein bisschen ist. Ich glaube, dass es einen Tod im Sinne einer Vernichtung überhaupt nicht gibt. Aus einem Nichts kann nicht ein Etwas werden, ein Etwas kann aber auch nicht zu einem Nichts werden, sondern ich glaube, dass wir übergehen in andere Manifestationen. Sie können nicht einmal ein Stück Papier vernichten, das können Sie nicht. Sie können es anzünden und dann geht es physikalisch nachweisbar. meine Mutter kommt nie wieder zurück, aber sie geht auch nie mehr weg. Und ich lebe ja, sie lebt ja in mir fort und in mir und meine Toten sind ja in mir und in meinem Erleben ständig. Glauben Sie, Sie haben Ihre Mutter stolz gemacht? Nein, das glaube ich nicht. Sie hat ja meinen Weg da nicht weiter verfolgt. Sie ist ja gestorben, als ich, sie hat davon ja nichts erfahren. Aber wenn sie jetzt am Leben wäre, wäre sie stolz auf Ihren Leben? Das glaube ich. Ja. Das denke ich. Ich habe es doch zu etwas gebracht. Mir geht es doch gut. Ich habe aus dem, was ich hatte, mitbekommen habe, damals, Hauptschulabschluss, habe ich doch enorm viel gemacht. Also nach meinem Wertesystem. Sie können ja sagen, eine einzige Katastrophe ist ja in Ordnung. Aber nach meinem Wertesystem. Aber Sie waren im Gefängnis. Ja, das war ja eine ganz besonders wertvolle Erfahrung. Ja, aber wäre nicht für Ihre Mutter wertvoll gewesen. Ja, das stimmt. Das stimmt. Aber meine, ja, na, ja, das stimmt. Aber meine Mutter war kein moralischer Mensch. Also die hätte vor der Zeit im Gefängnis hatte ich Todesangst. Also vor dem Gefängnis hatte ich Todesangst. Und da habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass Ängste sich ja von jeder Realität sozusagen spiralenhaft lösen. Also es war eine sehr wertvolle Zeit von mir. Ich bin auch im Übrigen auf Hemden getragen worden da von den Beamten. Sehr, sehr respektvoll behandelt worden. Es gab was anderes, was schlimm war, wenn Sie nur gelobt werden in dieser Rolle, in dieser Oberarztrolle, nur gelobt. Ich bin nie kritisiert worden und da so eine libero-Funktion hatten und dann wären Sie ins Gefängnis gesteckt. Das ist schwer zu realisieren. Wenn Sie Kinder gehabt hätten, hätten Sie doch Ihr Kind davon abgehalten, denselben Weg zu gehen. Ja, natürlich. Ich bin auch nicht der Meinung, dass man sowas machen sollte. Natürlich hätte ich das. Aber in der Rückschau sehen Sie das als Erfolg. Ja, für mich. Ja, für mich. Für mich. Für mich. Ich hätte ja, welchen Weg hätte ich sonst gehen können? Also ich meine, wenn ich mir vorstelle, ich wäre bei der Post geblieben und wäre jetzt ein Oberbriefträger gewesen oder sowas, das hätte ich ja, das wäre eine Verschwendung gewesen. Potenzial. Ich hätte der Menschheit ja gar nichts gegeben, außer Briefe. Und so ist es doch alles anders gekommen. Wenn man in der Google-Suche Bremen und Hochstapler eingibt, kommt auf den ersten Seiten, kommt nur Ihr Name, also nur Ergebnisse zu Ihrer Person. Machen Sie sich Sorgen um Ihr Vermächtnis? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ja, meine Eitelkeit speist sich aus anderen Quellen. Das ist außerdem, diese Begriffe, ich mag das ja nicht, das wissen Sie, Hochstapler, das sind so Etikettierungen. Und ich habe gesagt, ja, wenn Hochstapler, dann Hochstapler unter Hochstaplern. Das sind ja so Begriffe, mit denen man außer Denkfaulheit nichts beweist. Der Buddhismus spricht vom Gefangensein in Worten. Es ist ja ein Kunstwerk, es hat ja einen enormen belehrenden Wert, wenn man will und wenn man kann. Könnte man ja sehr viel lernen. 39 Bewerber, der einzige Postbote wird eingestellt nach einem Vortrag. Also Sie sagen, nachahmen, nein, aber Lehre daraus hin, ja. Ja. Genau. Nee, ich bin ja auch nicht der Meinung, dass jeder Postbote nun irgendwie Psychiater werden sollte, das geht ja gar nicht. Ich bin ja nun eine besondere Begabung. Tja. Wikipedia beispielsweise, gefällt Ihnen der Eintrag? Nee, das stimmt aber fast alles nicht, was da steht. Oder vieles jedenfalls nicht. Aber es ist mir wirklich egal, ehrlich. Aber das ist ja wie so ein digitaler Grabstein, der ist immer da. Ja, das ist ja aber mir egal, verstehen Sie. Mir nicht egal ist, wenn ich nach Hause komme und meine Katze mich nicht anguckt. Dann würde ich mir überlegen, warum nicht und mir Gedanken machen. Und das würde mich belasten und begüren und so weiter. Was wird auf Ihrem Grabstein stehen? Die Frage habe ich mir nie gestellt. Die stellen Sie mir jetzt. Das ist mir egal, das weiß ich nicht. Das werden dann nachfolgende, werden andere Menschen. Ich würde gar keinen Grabstein haben wollen, glaube ich. Wie wollen Sie in Erinnerung bleiben? Interessiert Sie alles nicht? Nein, wirklich nicht. Ich habe das Bedürfnis nicht. Ich habe, es hat einige Menschen in meinem Leben gegeben, so im Verlauf des Lebens, denen ich, glaube ich, eine ganze Menge gegeben habe. Und in denen lebe ich doch weiter. Und die mir gegeben haben. Sie haben mal gesagt, die Geschichte wird Sie freisprechen. Wissen Sie, woher der Satz kommt? George W. Bush. Nee, das hat Castro gesagt damals. Die Geschichte wird mich freisprechen. Das habe ich kokett bei Twitter geschrieben, als der Jahrestag der Entdeckung oder irgend so was. Jetzt ich übrigens, jetzt 25. Jahrestag im Juli. Schon Anfragen von Journalisten. Finde ich übrigens ein Faszinosum, dass 25 Jahre nach einem Verbrechen das Interesse nach wie vor da ist. Das hat sich wirklich zum Klassiker entwickelt. Das freut mich sehr. Weil das das Vertrauen vielleicht in die deutsche Psychiatrie oder in die Psychiatrie ein bisschen erschüttert. Wenn ich meiner Tochter, die jetzt drei Jahre alt ist, irgendwann mal von Ihnen erzähle, das werde ich sicherlich tun. Weil das ein sehr spannendes Interview hier war. Vielleicht wird sie sich das auch irgendwann anschauen. Und dann wird sie mich fragen, wer ist dieser Mann? Was wollte ich ihr sagen? Dieses ganze Interview, das findet ja deshalb statt, weil ich eine bestimmte Rolle gespielt habe. Aber man darf wirklich den Schauspieler nicht mit seiner Rolle verwechseln. Das ist seine Rolle, auch in diesem Interview. In Wahrheit und privat bin ich sehr anders. Sehr anders? Ja. Ich bin ein überaus, also ich lüge zum Beispiel nicht, ich bin ein sehr ehrlicher, völlig zuverlässiger, integrierer Mensch, der sehr fürsorglich ist mit den Menschen, die er in sein Herz geschlossen hat. Das ist so. Und wäre ich das nicht, würde ich, glaube ich, gar nicht mehr leben, weil ich ja auch auf Menschen doch angewiesen bin oder in meinem Leben war. Und ich bin häufig, jetzt sage ich ja Dinge, die ich eigentlich nicht sage an der Öffentlichkeit, aber ich bin häufig sehr verzweifelt gewesen in meinem Leben, wirklich sehr verzweifelt. Ich war auch suizidal, einige Male in meinem Leben. Aber wenn Sie dieses Leid ertragen haben, selbst durchlittenes Leid macht solidarisch mit Leidenden, übrigens aber nicht nur mit leidenden Menschen, auch mit leidenden Tieren vielleicht fast noch mehr, weil ich mich identifizieren kann. Ich weiß, was das heißt, am Abgrund zu stehen, wirklich am Abgrund zu stehen. Und deshalb sehe ich Menschen und auch Tiere, die am Abgrund sind. Und dann kann ich mich nicht lösen. Und das ist auch missbraucht worden von Menschen. Aber es ist egal. Es ist egal. Ich glaube, das macht mich aus. Also die Fähigkeit zum Mitgefühl, das ist ja mein Thema. Und das ist etwas sehr, sehr Wichtiges und das ist etwas sehr Zentrales in meinem Leben. Glaube ich, ja. Meine allerletzte Frage. Warum sollten wir alle weiterleben? Ja, das sind wieder ihre implikativen Fragen. Das sollten wir vielleicht gar nicht. Also ich glaube, irgendwann hat das hier mit der Erde ein Ende. Und wenn es keine Menschen mehr gibt auf der Erde, ich glaube, das wäre für die Erde kein Verlust. Und warum wir beide oder wir hier jetzt weiterleben sollen, ich glaube, dass man solidarisch sein soll. Vielleicht ist das ein Stück Lebenssinn. Wenn man das ist, wenn man gibt, aber ohne Kalkül, man kriegt ja unendlich viel zurück. Wenn Sie es mit Kalkül machen, kriegen Sie gar nichts. Aber wenn man ohne Kalkül gibt, bekommt man unendlich viel zurück. Und vielleicht ist das der Sinn des Lebens Menschen in ihrem Leiden zu tragen oder ihnen beizustehen. Es kommt wirklich viel zurück, wenn man es ohne Kalkül tut. Danke vielmals. Also ich fand das ein super Interview, ehrlich gesagt. Ich bin völlig erstaunt. Ja, ja. Ja. Es ist schon sehr anders gewesen, das Interview. Als haben Sie aber auch nicht geahnt, so, wie sich das irgendwie überwinden. Nein. Ich auch nicht. Ich glaube, dass diese Oberarztgeschichte und so verschiedene andere Sachen wirklich Dinger waren zur Abwehr von Depressivität. Abwehrgeschichten. Ich glaube, dass ich von Grund an irgendwie ein depressiver Mensch bin, der damit nicht leben konnte, mit dieser Depressionen, alles Mögliche veranstaltet hat. Wirklich, alles Mögliche veranstaltet hat, um dieses Depressive wegzuschieben. Also in der Oberarzeit war ich ja nur noch high, ne? Ja. Das war auch ein einsames Leben übrigens, ne? Weil ich konnte ja keinem erzählen. Ja. Das ist total einsam. Wie im Kloster habe ich da geblieben. Grenzgänger Studios ist für mich nicht irgendeine Firma, die ich gegründet habe mit einem Freund zusammen, sondern das ist ein Traum, der jetzt wahr geworden ist. Ich möchte, wir alle möchten, dass das auch so bleibt und daran arbeiten wir jeden Tag. Wir machen den Content, den wir machen. Wir sprechen mit Menschen, mit denen wir sprechen wollen. Kein Sponsor darf darauf Einfluss nehmen. Das, was wir tun, können wir nur tun, wenn wir frei sind. Und weil ich immer mehr das Gefühl habe, dass das bei euch ankommt, dass ihr versteht, was wir hier tun. Deshalb wünsche ich mir jetzt eure Unterstützung. Das geht einmalig und individuell, aber das geht auch langfristig. Ihr könnt zum Beispiel Mitglied unseres Kanals auf YouTube werden. Damit unterstützt ihr unsere Arbeit langfristig. Schon ab 2,99 im Monat geht es los. Es gibt da verschiedene Mitgliedschaftsstufen. Sucht euch eine aus. Wir versprechen euch qualitativen Content. ein Gegengewicht zu all dem, was gerade sonst so auf YouTube passiert. Ich weiß nicht, wie viele Leute das jetzt sehen werden, wie viele mitmachen, aber wir haben wirklich großes Vor und ich kann es kaum erwarten, euch zu zeigen, was wir auf Lage haben. Vielen, vielen Dank für euren Support. Vielen Dank für euren Support.